Okay, ähm... Pony World Nummer 2? Okay... Alles klar... Okay... Noch ein Trailer? Die haben zwei Trailer reingehauen? Das ist krass, Digga... Das ist krass... Okay... Dann schauen wir uns erstmal die Skins hier überhaupt an... Also das ist der erste Skin Catalyst... Okay... Ja... Ach, komm, das selber der Drift-Skin, Digga, muss los... Das selber nur der Drift-Skin, okay, na gut... Finde ich jetzt nicht so krass... Äh, X-Lord, Digga, das ist ja einfach nur dieser... Rost-Meister... Ja, Moin... Das ist einfach der Rost-Meister... Also das sind die gleichen Skins noch mal, Alter... Einer auf den Vergangenheit, so... Ach so, okay... Ich steh schon, okay... Also die gleichen Skins noch mal, Digga... Ja, Moin... Okay, dann gehen wir weiter... Ähm... Rakete... Rote Ritterin... Moin... Ich hätte lieber Schwarzen Ritter... E-Mode Tarnung... Boah... Sieht ganz nice aus... Popcorn... Ah, da ist sie zig... Aha, okay... Ja, gute Idee... Ähm... Boogie Bombe... Auf jeden Fall wie wachsen immer am Start... Was feiere ich Todes... Ähm... Okay... Kann man machen, okay... Das ist ja einfach nur diese Musik, äh... Weil die halt bei diesem Event war... Dummdi-Dumm... Dummdi-Dumm... Alter... Ey, das ist lustig... Das war eigentlich... Das ist geil... Dummdi-Dumm... Nice... Ehre... Ehre, Digga... Ehre, Bruder... Ehre... Rissplätze... Okay... Finde ich jetzt nicht so geil... Also das ist Lieder... Ne, wo war ich jetzt gerade... Hä... Warte kurz Leute... Ich muss kurz gucken, wo war ich gerade... Ach... Ich habe auch gar nicht gesehen... Hier diese Spitzhacke... Cosmo... Hacker... Ja... Es ist einfach nur ein Doppelspitzhack... Nur ein bisschen cooler... Okay... Ist nicht so krass... Äh... Hier waren wir gerade... Genau... 100 V-Barks... Feuer gegen Eis... Ja, moin... Das ist ja das, was schon passiert ist... Auf jeden Fall, Digga... Ja... Da waren wir... So... Jetzt der Skin hier... Tilted... Technik... Tilted... Technik... Ja, okay... Ist... Ist mir too much, Digga... Ne... Mag ich nicht so... Ist mir... Ist mir nicht so... Ich feier zwar, dass es so... Ähm... Ja, dass ich versuchen, so viele Farben reinzuholen... Ist gut, Digga... Sagt nix... Aber... Ist nicht so meins, Digga... Ist nicht so meins, Digga... Äh... Wir gehen weiter... Geh zu, ne... Ich feier den Hund auf jeden Fall, Digga... Der Hund ist... Der Hund ist sehr mysteriös... Das feiere ich, Digga... Das ist geil... Okay... Was ist das? Digga... Der Dance, Alter... Ich schwirre... Wer denn so... Digga... Das ist wie ne Puppe, Digga... Die so... Also... Find ich lustig auf jeden Fall, Digga... Geil... Geil, Digga... Okay... Was hab ich hier... Das... Okay... Flaschenflip... Was? Was ist das? Botteflip, Digga... Botteflip in Fortnite, Leute... Botteflip in Fortnite... Ey, das ist nice... Das ist ja... Richtig awesome... Oh mein Gott... Ich werd die ganze Zeit nur Botte flippen... Wie behindert... Das ist so geil... Echt... Der haut noch leckere Disco-Musik raus... Ehre... Okay, was haben wir hier... Beatrop... Das feier ich... Sieht nice aus... Ähm... Digga... Was haben die mit ihm gemacht... Alter... Der andere war bad... Aber der Digga... Der Typ ist ja krank... Digga... Was hat der für Farben, ey... Digga... Das feier ich wiederum... Das ist der Wahnsinn... Digga... Fah... Digga... Am meisten feier ich das vierte... Das vierte zum Wissen... Das feier ich am Wissen... Digga... So... Wir gehen weiter... 100 Wie-Bags am Start... Ey, was war das denn? Ich weine gleich, an die Fresse, alter... Oh mein Gott... Oh mein Gott, alter... ich weiß gleich richtige musik oh mein gott kommt die tränen alter behindert oh mein gott leute gönnt euch musik sowieso wie damals doch wenn du ihn geholt hast oder so oder die lobby reinkommen ist oh mein gott geil geil leute ehre ehre epic games ehre ehre ich werde so suchten um diese musik zu kriegen also ist das gönnung kennt euch leute könnt euch digga kennt euch digga ehre digga was ist das hier fescher flip ist da etwa noch kohlen sollte ach so botte flippen mit kohlensäureflasche ok jonda demaskiert ja man also so so sieht der alarma skin aus ohne maske digga hätte ich nicht gedacht weiter geht's kräftig wird wieder 100 wie wachse ich glaube ich glaube man kriegt irgendwie so bis zu 1200 wie bachseiter ist ja krank da passt okay digga fast digga kevin lackierung leute gönnt euch kevin lackierung giga kevin lackierung ehre digga wie geil ja ist okay war jetzt nicht so ist schon gut aber weiß ich so weiter geht's die zune digger ich weiß und alter der ist so mysteriös man also die lange augen einblendung okay funkel meisterin einfach funkel aus funkel spezialisten machen sie funkel meisterin gg digger nummer 4 man mag am meisten krass war den bald den skin habe ich schon der funkel speziell ist in der wichtig aber jetzt haben sie aus funkel meisterin gemacht damit jeder der jetzt nicht so um die mäßig am start war fast gleich ins kinder zu fahr ich natürlich nicht so hart weil das egal in den skin hatte ich schon irgendwie deswegen das ist nicht mehr so geil bobes frisor nä, das ist hässlich n Nee, 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 sorry, bin ich ehrlich, Digga, Pixelpilot, feier ich aber wieder, Digga, Pixelpilot, guck, guck dir das an, Digga, sieht aus wie Minecraft, Digga, feier ich totes. Hey, Digga, der hat auch immer eine andere Farbe, ne, irre, Digga, das ist einfach Minecraft, Leute, könnt euch, geil. Geh, Digga, das ist ultra nice, ultra nice. Versuche überhaupt tanzen zu können, meine Güte, holy shit, Ehre. Den Dance will ich auf jeden Fall haben, der ist richtig falsch, heilige Scheiße. Gehen weiter. Oder? Sternenspur, ja, sieht nice aus. Großplünderer, weiter geht's. Double Pump, gut. Double Pump, Leute, Double Pump, ist das ein Leak für Double Pump? Ist das ein Leak für Double Pump, Leute? Eruption. Ewiger Reisender, Digga. Der dunkle Reisende ist auch jetzt drin, Digga. Meine Güte, die haben einfach alle OG Skins in andere Variante gemacht, Digga. Alter. Alter. Die tun einfach alle OG Skins rein, Digga. Machen die dann noch tausendmal besser hier rein, Digga. Also hier der dunkle Reisende, was haben die denn mit dem gemacht, Alter? Das ist einfach ein... What the heck? Was haben die mit dem gemacht, Digga? Wie krank. Wie krank, Digga. Ich schwöre. Todeshäftig. 100 V-Bucks. Ja, wie ist okay, oder? Okay, ist auch ein anderes Zieloption. Und Leute, Leute. Wir machen kurz erstmal... Stopp, hier, Digga. What? Digga, was ist das für den Gleiter? Digga. Digga. Alter, der passt perfekt zum Schwarzen Ritter. Ich schwöre auf alles, Digga. Das ist der perfekte Hängegleiter für ihn, Digga. Oh mein Gott. E-Ritiker. Alter, der passt einfach perfekt. Der hat die gleiche Farbe, alles... Alles stimmt, Digga. Das wird das perfekte Set, Digga. Oh mein Gott. Okay, Leute. Jetzt wird es natürlich noch krasser, ne? Jetzt kommt der... Die 100. Stufe, Digga. Der letzte Skin. Vom Battle Pass. Es ist ein Ritter auf jeden Fall. Oh, er gegönnt doch erstmal hier, maximal der Drift. Nice. Yonder Krone. Frash. Er hat eine Krone einfach, gell? Der Typ muss reich sein, des Solos, also Yonder, Alter. Was geht ab? Und wir gehen zum letzten. Das ist der, der Schwarze Ritter. Ultim... Ultima Ritter. Boah. Digga, boah. Der sieht ja fast genauso aus wie der Schwarze Ritter. Jetzt mal real talk, ne? Die haben den Schwarzen Ritter reingetan. Digga. Alter, der ist ja krank, Digga. Die haben ja... Die haben mich natürlich ein bisschen so verändert, damit der nicht genau so aussieht. Aber Digga, komm schon. Das ist echt... Alter. Der ist ja fast in der Schwarze Ritter, Leute. Das ist natürlich das Krass, jetzt für die, die jetzt die OG sind und so. Aber Digga, ich hab' ein Schwarzes Ritter. Weiß so. Aber trotzdem krass, Digga. Ich find's krass, Digga. Ich werd' aber einmal diesen anderen spielen, der so ein bisschen so dieses... Wie soll ich sagen, der ist ein komischen Helm hat, der so nach oben geht. Den, den feier ich mir irgendwie. Der andere so, naja, Digga, okay. Aber den anderen mit diesem Helm, der es nach oben geht, den Verächtiger. Der ist außen. Ja, Schild. Ja. Kann man machen, auf jeden Fall. Ja, ist gut. Oh, Leute. Also... Also jetzt meine endgültige Meinung hier zum Battle Pass, Digga. Also... Er schmeckt. Er schmeckt richtig. Ich feier' ihn, Digga. Die Danzes sind geil. Die Hängen-Glätter sind geil. Und die Skins sind auch geil. Natürlich so am Anfang, ja, finde ich jetzt nicht so nice. Sag' ich ehrlich, so am Anfang nicht so. Ähm... Ding jetzt auch nicht so, Digga. Aber ab dem... Ab diesem Skin hier, wenn die jetzt gleich sehr kommen. Ab hier feier' ich wieder den Battle Pass, ich hab' hier so wirklich so. Ab hier sind richtig gute Danzes dabei. Äh, richtig gute Skins dabei. Richtig gutes Skins, Digga. Das war' ich dann wieder. Ist schon nice, Digga. Was ist, wie gesagt, äh... Also die besten zwei Skins sind für mich hier dieser dunkle Reisende auf jeden Fall oder ewige Reisende. Äh... Und halt der letzte Skin hier. Das sind so für mich die Besten auf jeden Fall. Und äh... Der beste Hängengleiter, wo war der jetzt? Muss ich kurz kurz gewinnen. 95. Das ist für mich der beste Hängengleiter. Der ist so geil, Digga. Beste. Beste Digga. Eiererbeste. Also für diese ganzen Sachen, Digga, lohnt sich auf jeden Fall, wenn du es mir... Ist mir so YOLO, was ihr meint, Digga, ist wirklich dafür lottet sich. Dafür lott sich richtig, Digga. Kranker Scheiß. Und... 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 Und war noch mal... Ah ja, hier, guck mal. Und dafür war ich jetzt auch nochmal, Digga. Das ist so lustig, Digga. Dumm, die Dumm, Alter. So geil. Geil. Also richtig schöner Bälle, Poste, Digga. SKM und Erik sind am Start. Größer, ich moin. Ich mache das. Ich mache das.